Von ihrer bösen Stiefmutter verdonnert, muss das Mädchen Tag ein Tag aus am Brunnen spinnen, bis ihre Finger blutig werden. Eines Tages fällt sie beim Waschen der Spindel in den Brunnen und wacht in einer fremden Welt auf, neben einem sprechenden Ofen. Es ist der Beginn des berühmten Märchens Frau Holle. Die Frau Holle, die war so eine, ja, halt auch vom Aberglauben her, eine zu fürchtende Gestalt, warum auch immer. Und im Märchen wird sie dann dargestellt als in einer anderen Welt lebende Frau, die eben Gut und Böse belohnt. Die Goldmarie, die kommt ja an und ist fleißig und hilft und das wird sozusagen belohnt. Und die Pechmarie, die eben faul ist und träge und nix machen will, die wird eben bestraft. Eigentlich ist sie Museumsführerin. An den Märchentagen im Freilandmuseum Bad Winsheim schlüft Christel Ulmer aber in die Rolle der Frau Holle. Die märchenhaften Begegnungen können in diesem Jahr vom 19. bis zum 25. August erlebt werden. Zum Beispiel bei der Station mit dem Aschenputtel, da dürfen die Kinder mal selber die Linsen aus der Asche glauben. Später dürfen sie sich dann zum Ball anziehen mit Kostümen zum Beispiel. Es können auch, insofern die Familien aktiv werden, in dem Selbsterzählstationen hier im Museum aufgebaut sind mit Bildkarten, kann dann ein Märchen einfach Papa, Mama oder auch die große Schwester mal den jüngeren Geschwistern ein Märchen erzählen vor einer Kulisse, die zum Märchen eben passt. Dabei ist das Freilandmuseum eine Kulisse, die in der Vergangenheit schon für Märchenverfilmungen genutzt wurde. Gerade die schaffen aber historisch gesehen oft falsche Bilder der alten Geschichten, meint Papini. Ihr Ziel ist es deshalb, mit einigen Märchenmythen aufzuräumen. Aber auch Frau Holle möchte den Kindern etwas Geschichte mitgeben. Sie sehen erst einmal einen Backofen, der so groß ist und wie viel Brote da überhaupt reingehen und wie man früher Brot gebacken hat, das ist ja noch so der Hintergrund von dem Ganzen und versuchen dann selber die Brote rauszuholen und merken dann eigentlich, wie schwierig das ist und wie mühsam. Ulmer freut sich schon darauf, in ihr Kostüm zu schlüpfen. Ein Sonntagskleid aus dem 19. Jahrhundert. Sie hofft durch das authentische Erlebnis Interesse bei den Kindern zu wecken. In der kommenden Woche haben die märchenhaften Stationen jeweils von 11 bis 17 Uhr für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Da sorgt Frau Holle dann hoffentlich nicht nur für Schnee, sondern auch für strahlenden Sonnenschein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017